Hi und Willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute wollte ich mal anfangen und ein bisschen Elite Dangerous vorstelle, dass man jetzt seit neuestem auch relativ ohne Probleme oder Linux mit dem Play spielen kann, was man hier auch tun. Dort war heute vor ein paar Tagen schon ein Tutorial rausgebracht, wer da mal nachschauen will. Ja, Elite Dangerous, der Nachfolger logischerweise zu Elite. Das Spiel, das ich das 1984, das glaube ich rauskomme, wenn ich mich nicht irre, habe ich damals relativ viel gespielt. So im Weltraum rumfliehen, kann man machen, was man will, man kann handeln, Pirate jagen, selbst wenn ich auf Pirate mache. Ja, das ist halt die Neuauflage. Neuauflage ist auch schon einige Jahre alt, das Spiel, wird aber immer noch mit Content versorgt. Und die Videos hier sind jetzt nicht als Tutorial gedacht, sondern eher als, das muss man als Neuling oder kann man machen, weil ich bin auch nicht so lange drin im Spiel. Ich habe eher 35, 40 Stunden, glaube ich, mit drei längeren Pause zwischendrin. Und jetzt, wo es auf Linux läuft, werde ich garantiert mehr Zeit drin versenken. Und wollte ich einfach mal auf ein paar Missionen mitnehmen, was man so machen kann. So kommen wir später auch dazu. Das erste Mal, ja, Elite spielt man quasi immer online. Und hier kann man sich jetzt quasi aussuchen. Offenes Spiel, private Gruppe oder Einzelspieler. Offenes Spiel können halt andere Leute auftauchen und abschießen, eventuell Einzelspieler. Das ist eigentlich dasselbe Universum, nur ohne irgendwelche menschliche Gegner. Das werden wir auch anwählen. Haben wir uns auch. Obwohl ich eben noch nicht in den Bereichen bin, wo das irgendwo relevant wäre, glaube ich. Ja, wie gesagt, also viel kann ich gar nicht erklären. Einfach mal das mache, was ich momentan auch mache. Mein Plan ist nämlich, dass ich mir ein neues Raumschiff besorge und das ausrüsten will, um Bergbause zu betreiben. Bei Asteroide. Wollte ich einfach mal probieren. Ich habe schon ein bisschen Geld angehäuft. Ich weiß noch nicht ganz, ob es reicht. Und deshalb will ich jetzt erst noch ein, zwei Handelsmissionen machen und noch ein bisschen Geld ins Sacker. Ja, und darum soll es eigentlich hier gehen. Wir sind momentan, und das ist sehr interessant, das ist ein Aspekt von Elite, der mir richtig gut gefällt, messen hier auf einer Raumstation in Barnards Sternen. Und den gibt es ja wirklich, weil in Elite Dangerous sind, das simuliert quasi eine Galaxis, ist das ein, ich müsste jetzt lügen, 400 Millionen? 400 Milliarden Sterne? Ich glaube, Milliarde. Das ist einfach ziemlich bombeviel, was dran ist. Und von denen sind zumindestens, wow, ich habe es nicht irgendwo gelesen, 100, 110.000 rum, sind wirklich echt aus Sternkataloge übernommen mit Dade. Und die Stimme auch so von der Entfernung her zur Sonne, das ist richtig geil. Also wer schon ein kleines Fable für Astronomie hat, ist in dem Spiel garantiert gut aufgehoben, würde ich sagen. Gut, also, was wir hier tun, wir brauchen zuerst mal noch eine Aufgabe. Gehen wir zuerst mal in den Sternenhafen. So, jetzt sind wir hier. Sieht alles ganz übersichtlich aus. Ist es auch ein bisschen, weil das Spiel irgendwie ohne Tutorials kommt mir hier gar nicht weiter. Aber da gibt es einige richtig gute, richtig gute deutsche Tutorials, die helfen ziemlich viel. Kann ich hier eventuell auch in den Link packe, in die Videobeschreibung. So, und hier kann man jetzt entweder der Waremarkt, da kann man sich selbst Ware kaufen, auf gut Glück, und Warnascher verkaufen, wenn man halt wer ist, wo man halt gut Gewinn macht. Oder man macht es sich einfach und geht aufs schwarze Brett. Hier gibt es nämlich fertige Missionen, wo man sich abholen kann. Das ist noch so, das Einfachste. Also, hier, da kann man, glaube ich, man kann sich als, als, ja, als, man kann sich ja Raumschiff als Reiseraumschiff quasi umbauen und Passagiere mitnehmen. Die wollen dann irgendwo eine Tour machen und die muss man dann mit denen machen. Was das Tor ist, weiß ich gar nicht. Das Tor weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich kenne mich auch nicht so gut aus. Aber deshalb gehen wir es erst mal ins schwarze Brett. Wir sind hier over. Ich habe schon 6,1 Millionen Credits. Keine Ahnung, ob das reicht. Ich will nur ein schönes Schiff. Können wir uns welche irgendwo mal angucken. Okay, hier sind jetzt bestimmte Hoshis. Die geben uns Aufgaben. Hier können wir zum Beispiel Piraten jagen. Davon möchte ich absehen, weil, ja, dann sind wir kaputt. Ja, die Weltraumkämpfe habe ich nicht so drauf. Wir können hier Kurierauftrag machen. Das ist relativ einfach. Das ist mal ein bisschen wenig. Ich suche Warelieferungen. Und hier die Mission kann ich noch nicht annehmen, weil mein Ruf noch nicht hoch genug ist. Und dann verdiene ich mal durch so Aktionen. Darf ich auch nicht machen? Piraten. Können wir hier überhaupt was? Eine Datenlieferung. Oh, ja, das wäre doch sowas. Wirtschaftsboom-Lieferung. Zwölf Einheiten Wasserstoff-Treibstoff. Das so gute Kämmer 2N hat. 47.000 Kredits. Ich glaube, das nehmen wir gerade Prokion. Das ist auch ein echter Stern. So, dann kann man hier hingehen. Und hier sieht man halt, wir sollen die Ware ins Hardwick-System, Hardwick-Stationen im Prokion-System bringen. Wir können mögliche Belohnungen auswählen. Also entweder viel Geld und begrenzt hohen Einfluss oder halt, ja, ein bisschen weniger Geld und dürfen mehr Einfluss und so. So, unser Ziel ist U, die Hardwick-Station. Die ist 11.000 Lichtsekunden vom Stern entfernt, an dem wir rauskomme. Und das ist weit. So, zum Vergleich, die Erde ist von der Sonne ungefähr 8 Lichtminuten. Und das sind dann so, gab es in grob 500 Lichtsekunden, wo die Erde von der Sonne weg ist. Müsste eigentlich hinkommen. Nicht ganz ungefähr. Und das sind 11.000. Und wenn Elite ends gut kann, dann ist es Entfernungen im All zu simulieren. Habe ich mal näher bei rausgeschrieben. Neptun ist von der Sonne zum Beispiel 15.000 Lichtsekunden entfernt. Also ist das ungefähr nicht ganz so weit wie von Sonne zum Neptun. Das ist das Stück. Deshalb gucken wir mal, ob es nicht noch was naheliegenderes gibt, was dann schneller geht. Datenlieferungen gibt es zu wenig. Oh, das ist, das ist, ne, da muss ich jetzt irgendwo Kaffee kaufen und hierher bringen. Das müsste man uns ja schon wissen, wo es denn gibt. Okay. Das so weiß ich gar nicht, wie Werbeproben-Raffinerie, weil ich da mit Mathe, die kenne ich glaube ich aus dem Bergbaukrien. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Piratenherr. So, was hast du denn du? Das sieht vertrauenswürdig aus. Kurierauftrag. Achso, das ist nur Daten. Okay, entweder ich könnte ein paar Daten liefern, das wäre eventuell nicht schlecht. Dann gucken wir mal schnell. Hier muss ich nur Ross oder nur mit Kut. Haben wir sonst schon irgendwas? Oh, nur da dahin müssen. Schlecht aus. Wolf. Oh, was war Wolf? Warten das jetzt? Okay, Wolf. Er fährt 1080. Was warst du? Ach, Ross, Ross, Ross war es. Ross 154. Ne, da waren wir schon. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen arg weit. Naja, dann machen wir mal ein bisschen dumm Gespräch, oder? Y-Indy. Uffla. Na komm, wir holen mal irgendwas nach, damit man einfach mal sieht, was man tun kann. Datenlieferung-Wirtschaftsboom. So, gucken wir mal. 88 Lichtsegunde. Die Paris-Station, bestimmt von Paris-Roden. Das könnte man mal. Das höre ich gut an. Grimmau zwar nicht so viel, aber es ist jetzt erst mal Wurst. Und gucken wir erst mal, wo das ist. Das müsste jetzt schon markiert sein. LHS 449. Das können wir uns denn mal als Bugmark setzen. Und das ist halt die Karte, die ist halt, ja, ich weiß sehr unwahrsichtlich. Hier ist ein Mir. Hier müssen wir hin. Entfernung. Ja, 12 Lichtjahre. Das packen wir mal mit in einem Sprung. Da muss man halt immer gucken, wie weit kann das Raumschiff springen. Und, naja, Raumschiff kann das momentan. So, und hier ist halt, das ist so ungefähr die Umgebung. Die Sonne müsste, ach, hier ist Alpha Centauri. Das ist ein exkesternsystem. Und, was haben wir da ohne? Ha, ha, oh, ich geh weg. Ah, Blender hat direkt hier drüber ein. So, unser Sonnensystem. Hier dürfen wir allerdings nicht hin, weil wir eine Systemerlaubnis brauchen. Und ich habe noch keine Ahnung, wann oder wie ich die bekomme. Okay, aber weiter im Text. LHS 449, die Mission, holen wir uns einfach mal. LHS 449. Dann sagen ich, ja, wie möchte ich tun? Und, das war es jetzt eigentlich. Derweil, ich nur Daten liefere und die sind dann einfach so in meinem Rechner, Computer, im Raumschiff hier. Gut, dann gehen wir zurück. Und, ähm, ja, starten wir. Wir sind jetzt nämlich unten in der Station, Lebi Strauß Installation. Das werden wir erst mal nach oben gefördert. Also, wir sind momentan auf so eine kleine Außenpuste. Ist das glaube ich also recht überschaubar, quasi Raumstation, wo man auch direkt auf dem Dach quasi handelt. So, jetzt hier muss ich erstmal ab. Ich spiele hier übrigens mit einem Game, ach, mit einem Hotas Flightstick. So ist nochmal aufs Fahrberg eingefahren. Und geben wir mal ein bisschen Gas. Und hier auf unserem Navi hier unten, links unten, wird LHS schon markiert. So, was man jetzt eigentlich tun muss, man muss erst mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und zwar, wie man sieht, ist ein ziemlich nahe eine Planet dran. Gut, LHS, das ist jetzt zwölf Lichtjahre entfernt und man sieht unten drunter, mit der Geschwindigkeit würde man weit länger als ein Jahr brauchen, bevor man hinkomme. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Deshalb hat man bei Elite drei verschiedene Arten, wie man sich bewegt. Das hier ist quasi im Nahen, wenn man so ein Ziel ist. Hier kann man alles machen. Ein Zielgebiet, kann er schießen so und so, Chroms. Nummer drei, das machen wir jetzt. Das ist The Frameshift Drive. Und dieser ist für Interplanetare, Inter-Solare, keine Ahnung, wie man das nennt, also mit Reisen zwischen den Sternen. Ist der gedacht. Der beamt uns jetzt quasi dorthin. Und was das Donne ist, das ist eigentlich jetzt eine Ladesequenz. Mir ist es eigentlich nicht. Wir sind jetzt quasi im Überraum, dorthin. Der rödelt schon mal, sieht man schon, der lädt. Das nächste System, wo wir mal rinspringen. Und zwar ein Zielsystem schon. Und mir kommen hier, whoops, immer an der Sonne raus. Sonne ist halt logischerweise warm. Also sollte man möglichst nicht direkt drin fließen, sonst wird das Schiff ganz schön heiß. Und das gibt's schade. Okay, jetzt gucken wir uns erst mal an, wo müssen wir hin? Wir sind jetzt hier in der Systemkarte. Und das ist eigentlich relativ cool. Da kann ich zum Beispiel den Stern anwählen, LHS449. Da kann ich hier auf Details gehen. Das sehe ich auch. Sternspektral Klasse M. Der ist ungefähr 10 Millionen Jahre alt. Oberflächentemperatur. Nicht ganz so warm. Und relativ viel kleiner wie die Sonne. Oder als Zwergstern halt. Was so ungefähr das häufigste ist. Und hier sieht man schon, hier sind Zwergstern-Kataloge drin, wo hier drin sind. Kiese und Hip. Das ist schon mal wirklich interessant, finde ich. Okay, hier haben wir dann in dem System quasi Asteroide-Gürtel. Da kann man irgendwie farmen. Ob es was bringt, keine Ahnung. Dann hätten wir hier Planete. Ich glaube, das dort Zeichen bedeutet, man kann auf dem Planeten auch landen. Das heißt, da gibt es eine Station drauf. Kann man sich dann hier angucken. Hier wird man sich nachgucken. Hier ist der Fischer Point und Orphate Horizons. Könnte man drauf, wenn man wollt. Äh, so. Wollen wir aber nicht. Beziehungsweise müssen wir nicht. Wir müssen nämlich auf den, auf Gold. Der hat sogar einen Namen. Okay. Planeten bin hochwertigen Metallen. Kohlen-Dioxid-Atmosphäre. Da wollen wir nicht atmen. Aber hier ist die Station immerhin wohl. Die Perry-Station. Die wählen wir dann gerade mal an als Ziel. Ja, und das ist heute einfach die andere Planete. Dieses komische Gedöns hier oben drüber. Das heißt, glaube ich, die Planete, die umkreise einander noch. Dann haben wir hier nur noch. Das ist ein Gesteinsplanete. Hier ist noch ein schöner Gasriese. Mit Ringe. Kann man auch hinfliehen und farmen. Der hat wieder Monde. Das ist richtig klasse. Das ist ein kleiner Gasriese. Das da. Das sieht man schon. Der ist halt schon Ende aus den 880 Sekunden weg. Hm, geht eigentlich auch noch. Gut. Okay, wir haben das als Ziel angewählt. Können wir da raus. Und jetzt ziehen wir hier. Mal, dass wir da nach vorne bringen. Wir wollen mal hin. Oh, wir stehen sogar relativ gut. Wir stehen sogar relativ gut. Meine Katze meld sich gerade. Das ist jetzt ganz schlecht. Ich kann nämlich hier nicht stoppen, weil es gibt in dem Spiel keine Pause. Moment, die Kauerstattung ist hier oben. Sorry. Das läuft eine Echtzeit weiter. Ich kann jetzt hier, jetzt hier, kleiner. Das muss ich, glaube ich, mache. Ja, ihr kennt meine Katzen. Öfter schon hier auf den Kanal zu gucken. Also gehe ich jetzt einfach mal geschwindig, gehe ganz nur ohne, damit man nicht irgendwie am Ziel vorbeischießen. So, und ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Katze wurde bespaßt. So, worauf ich raus wollte, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wir hatten vorhin was von drei Antriebsmethode. Und wir haben die zweite nicht vergessen. und in der sind wir jetzt, das ist, wenn quasi der Frameshift-Drive nicht für einen Sprung von System zu System zuständig ist, sondern einfach innerhalb eines Sternsystems. Und man sieht jetzt unter, dieses 4,5, wo momentan runter zählt, unter am Radar, rechts oben. Das ist die Geschwindigkeit. Wir sind momentan jetzt auf 3-facher Lichtgeschwindigkeit. Und wie ihr seht, die Lichtsekunde von der Paris-Station, die Radare hier, ziemlich runter. Ist auch relativ nah, die Dorn. Deshalb haben wir sie auch genommen. Ich darf hier bei dem Landern, bei diesem Anflug nicht zu schnell sind, sonst las ich einfach am System vorbei. Beziehungsweise an der Station. Und dann kann ich irgendwie mich abbremsen und dann rumdrehen. Was ganz interessant ist, ein bisschen langsamer mache, die andere Punkte sind übrigens wahrscheinlich andere Schiffe. Die leuchten in der Punkt, wo ich da bewege. So, auf dem Planeten. Gold, der hat seinen Arme zurecht. Links neben dem großen Scanner ist das Hologramm quasi von der Raumstation, wo man gerade drauf zufliehen. Und dieser komische kleine Schlitz, wo man hier sieht, das ist der Eingang. Da müssen wir mal rinfliehen. Das heißt, man muss also, wenn man das System anfliegt, möglichst schon so hinkomme, dass man in Richtung von dem Schlitz quasi fliegt. was einfacher hat. Ansonsten müsste man noch einmal um die Raumstation rumkurven. Jetzt ist wahrscheinlich das nächste, was hier verwundert ist. Wir sind jetzt plötzlich nämlich, ich habe es zwar gebremst, aber wir sind jetzt ganz stark abgebremst worden. Wir sind bei weitem nämlich auf Pflichtgeschwindigkeit oder sogar drüber. Wir sind jetzt gerade nur bei knapp 1000 Meter pro Sekunde. Oder Kilometer, keine Ahnung. Meter wahrscheinlich. Das ist, weil, ich glaube, das ist ein Konzept so, wenn man nah an Masse dran ist, zum Beispiel der Planet, dann die Masse bremst uns. Das heißt, wenn man voll beschleunige Wolle, dann müssen wir irgendwo keine Masse in der Nähe ist. Das Konzept ist auch, glaube ich, gar nicht so besonders. Das ist ein Fiction, glaube ich, öfter. So, jetzt sind wir bald hier. Sollen wir 100.000 Meter. 10 Kilometer quasi. 110.000 Meter. Das kommen wir aus dem Hyperdrive quasi raus. Und hier ist die Station vor uns. Das ist eine Coriolis-Station und die gab es auch schon in Vaginal-Elite. Und jetzt könne man nicht einfach so reinfliehen. Das funktioniert so nicht. Ich muss mir zuerst, das ist etwas kompliziert, die verschiedenen Menüs vom Schiff. Ich muss mir hier zuerst Landeerlaubnis anfordern. So, und jetzt muss ich quasi hier rein. Ich kann es mal aber auch einfach machen, weil ich habe schon mal ganz besser gemacht und habe mal einen Landekomputer gekauft. Er hat einfach nur mal um zu gucken, wie das so funktioniert. Das Lande geht eigentlich. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft, das Fisch, das Fisch, das Schiff dann mit zu crashen. Im Gegensatz zum Original-Elite, da werde ich damals nicht wissen, wie oft ich einfach geht die Raumstation gefloben. Das war grandios schwer, damals. Das ist relativ gut handelbar. Man muss zwar ein bisschen gucken, bis man mal auf die Ebene ist, aber dann geht es eigentlich relativ gut. Der Landekomputer macht das halt für uns, habe ich mir einfach mal zum Spaß gehaft, wenn man kann das Schiff auf 128 Millionen Ader ausrichten. und es hat cool, wie groß die Station eigentlich ist, was man hier zieht. Es ist nur das Rinn geflofen aus und es ist schon außen magier, dass man uns kann mal kurz zeigen, was man eigentlich für Schiff überhaupt haben. Das ist unser Schiff. Das ist eine Cobra MK3. Guck mal hier so schön. So, irgendwas funktioniert. Also ich habe sie mit der Steuerung noch nicht so ganz. Guck mal mal. Ah, hier sieht es schon, ist schon ziemlich groß die Station. Und das ist halt unsere süße kleine Cobra MK3. Kleine Ding. Nein! Wie gesagt, jetzt waren wir irgendwo in der Station dran, aber egal. Gucken wir uns mal die Triebwerge an. Oder das hier sind die Triebwerge. Ah, das ist alles so kompliziert. Ich muss mal das einmal richtig legen. Anyway, wir sind hier auf der Station angekommen, also können wir die Sternhafendienste in Anspruch nehmen. Weil deshalb sind wir ja eigentlich her. Was man erst machen, bevor man es vergesse, wir gehen hier hin und tanken alles auf. Weil es gibt wohl nichts schlimmeres, als dass man ohne Sprit irgendwo leih bleibt. Wenn ich total falsch bin, braucht man den Sprit nur von dem Sprung von System zu System. Innerhalb vom System glaube ich nicht oder sehr wenig. Aber es ist halt doof, wenn man halt nur ein System Zwischenlandung machen muss, weil man kein Sprit mehr hat und auf dem System ist irgendwie keine Station oder so. Das gibt es natürlich auch. Irgendwelche Systeme, wo nicht kolonisiert sind oder wo einfach nur ein brauner Zwerg ist und nichts drumrum. Dann hat man halt schlechte Karte. Dann muss man halt hoffen, dass man ein offenes Spiel ist und von irgendeinem Benzin borken kann. Wie auch das immer funktionieren soll. Keine Ahnung. Gut, mir geht es erst mal aufs schwarze Brett und hier merkt man die Online-Anbindung gerade gelatert und Mission abgeben. Wenn man das hier oder bei dem kleine Geld kann ich mal lieber ein bisschen Ruf holen. Mal 10 oder 30 ist nicht so cool. Na hier seht, ich habe jetzt hier ein bisschen Ruf gewonnen bei dieser Soul Workers Party, das ist jetzt halt die Fraktion, für die ich gerade den Auftrag gemacht habe. Und was mich halt interessiert, denke ich mal, dass es Ruf super macht. Ich weiß es gar nicht bei was, sondern es ist Föderation. Also es gibt eine ziemlich umfangreiche Hintergrundstory, wo hier immer läuft und sich immer weiterentwickelt mit ein paar Supermächte, denn dann kann man sich anschließen. Und bei der einen bin ich jetzt schon hier im Verbündeten und bin fast schon ganz voll. Also wahrscheinlich beim ersten Level oder so. Und ich bin mal gespannt, was dann passiert, wenn ich das wirklich ganz voll habe. Ob ich dann irgendwie Zugriff auf andere Systeme kriege, ich weiß es nicht. Bin ich mal gespannt. Okay, wenn man das jetzt gemacht hat, ist eigentlich das, was man als nächstes macht. Mal gucken, was haben wir dann? Was können wir dann erledigen für euch? Was denn nicht viel? Spende will ich eigentlich eher nicht. Da kann man wahrscheinlich auch gut Ruf kriegen. Wir können nur kurz gucken wir nicht. Ich weiß nicht, ob das schon direkt abgeführt wird. So, die Beuchter hat Reaktivrüstung. Den müsste ich irgendwo hinkaufen und quasi hinkaufen und hier quasi spenden. Kann Pirate abschießen. Das ist nicht so gut. Gelegenheit zum Erwerb einer Einreiseerlaubnis. Das ist interessant, aber mehr noch zu wenig Ruf. Das ist schade. Ich kann hier nur spenden. Was ist das für Scheißsystem? Das war doof. Oder Pirate jage. Sicherheitsinformationen. Noil Aquaria. Wenn mal nichts kommt, dann nichts kriegen, dann hole mal das. Das ist auch nicht so toll. Ende 50.000 Kurierauftrag. Das ist doch schon besser. Planeten-Scan. Keine Ahnung, was man oder verbraucht. Dann muss ich wieder was einkaufen. Die Boomtime-Missionen vermisse ich hier. Schade, schade, schade. Kurierauftrag. Ja, da würde ich sagen, schnappen wir uns. Wo war der? 50.000 Kurierauftrag. Gucken wir mal, was muss man doch machen. Horowitz Hub. Horowitz. Adam Horowitz. Der ist aber gleich ein bisschen anders da geschrieben, wo er der ehemalige von Bissi Boys, der allerdings schon länger tot ist. Da habe ich ein bisschen anders da geschrieben. Okay, da könnte man doch hin. Das ist nur 390 Lichtseekonur vom Sternenweg. Das geht relativ, relativ flott. Können wir mal, was man fängst zu tun haben. LTT 35 72 keine Ahnung, nie gehört. Hier wird mich das in andere Richtung hier ist Alpha Centauri der Hühnebarn als Stern. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir hier einfach mal hin. Ja, will ich machen. Und dann können wir auch schon zurück, was ich eventuell noch mal kurz zeigen kann, damit was man sieht. was ich nun ja machen will. Die Werft am Ausrüstung. Oh, falsch angewählt, falsch angewählt. Das da wollte ich gar nicht. Ich hätte doch nur so in die Werft gehen, weil die Schiffe durch so switchen. Egal. nicht schlimm, nicht schlimm, das Schiff ist nicht angemutet, es wird jetzt quasi nur geparkt. Hier müsste ich hin, wenn ich mein Schiff erweitere will. Kann ich vielleicht auch mal kurz rein switchen. Hier sieht man die Cobra. Ja, keine Waffe aufhängung dran machen. Also, da gibt es nicht nur Waffe, sondern auch Bergbaulaser. Das ist das, was ich mir später brauche. Werkzeug, Steckplätze. Da habe ich momentan nur Doppelwerfer drin. Das sind so Abwehrmaßnahmen. Falls jemand Rakete auf uns schießt, müssen wir mal eine Öl zündet. Nur habe ich schon wieder die Tasche vergessen, weil ich habe es lange nie gespielt. Weil ich so lange nur in der Windows spielen konnte. Einen Tötungsbefehl Scanner habe ich drin, weil ich wollte mich mal als Piratenjäger versuche. Ist relativ in die Hose gegangen, muss ich auch nochmal machen. So kann ich natürlich andere Sachen inbauen. Ich habe hier intern, das sind so Basismodule, die hat jedes Schiff, zum Beispiel das ist Schillt, die Außerhaut quasi. Wie stabil die ist. Hier kann ich Kraftwerke. Ich habe momentan vier C drin, also vier ist quasi die Größe von dem Ding, man sieht es ist ein Vierer Block drin, also ist schon ein größeres. Keine Ahnung wie es geht, wahrscheinlich bis sechs oder so. Keine Ahnung, so groß wollte ich nicht, ist ein Schweine teuer. Und das C ist quasi die Qualität, die geht von E, das ist schlecht Schubdüse hat man auch Frameschiff Antrieb, das ist wichtig, hier habe ich immer guter gekönnt, also der A, das ist der Beste, wo es für die Größe gibt, der hat 1,5 Millionen oder so, Kredite hat der Antrieb, der 1,2 war schon heftig Lebenserhaltung, ich habe keine Ahnung für was die ist, wahrscheinlich wenn mein Raumschiff fast am kaputt gehen ist und ich noch irgendwie mit größter Noten die Next Station rennkrebsse, damit ich noch ein bisschen Zeit habe, Energieverteiler oder sogar AA drin, je mehr ich das Schiff rennbaue, desto bessere Komponente, desto mehr Energie ziehe die und da muss ich auch einen guten Energieverteiler haben, glaube ich. Sensore, ja, zum Scandum Radar irgendwie, keine Ahnung was das genau ist, Treibstoffdank, das verstehe ich sogar, ja, dann hat man hier noch am Schiff optionale Module, das ist bei jedem Schiff anders, die Dörr hat zum Beispiel jetzt drei Vierer Plätze, drei Zwo und auch ein Kleiner und hier habe ich halt Schildgenerator drin, denn da hat man eigentlich immer, kann man auch ausbauen, sollte man aber nicht, weil das Schild fängt eigentlich an Schade ab, sei es wenn man an der Stern zu nahe ran fliehe oder wo schosselig sind und beim Aus- oder Innenparker an die Station ran fliehe oder vom Planet crashe, sehr schenkt es das Schild ab, bevor es ans Raumschiff geht oder so irgendwie. Dann habe ich ein paar, zwei große Frachtgestelle drin, für Ladung auszunehmen, also könnte ich jetzt momentan mit den zwei Dinger 32 Tonnen mitnehmen, allerdings kann ich 40 Tonnen mitnehmen, weil ich habe hier noch zwei kleine Dinger drin mit je vier Tonnen. Hier ist noch Landekomputer, den ich mal gegönnt habe, die Planeten Anflugssuit. Ich glaube, das hat jedes Schiff drin seit Elite Dangerous Horizon. Das ist einfach damit auf dem Planet landen kann. Ich glaube, wie macht dies standardmäßig da? Ja, und wenn ich wollte, könnte ich zum Beispiel hier im Shop gucke, was ich mache kann und hier setzt es dann eigentlich schon aus bei mir. Es gibt Abbau-Drohne, die werde ich wahrscheinlich brauche. Keine Ahnung, Frameshift-Antrieb- Unterbrecher, wahrscheinlich, wenn ich irgendwie Pirate jage, ich weiß es nicht, oder wenn ich einfach eine auf Assi machen will. Wachtgestelle ist klar. Wie gesagt, Planetenfahrzeug-Hangas, ich kann Buggies mitnehmen, freut mich nicht. Da muss man sich dann echt Tutorials angucken, weil es gibt Leute, die können das richtig gut erklären. Ich habe keinen Plan. Dementsprechend werde ich mich ja vorher vorbereitet, bevor ich mal ein neues Spiel an US-Raumschiff kaufe. Lackierung kann man noch machen. Das ist aber, glaube ich, eher irgendwas, was echt Geld macht. In dem Fall würde man das eher nicht. Gut, dann haben wir den Auftrag angenommen. glaube ich. Gucken wir mal nochmal. Transaktionen, genau, Kurierauftrag verfügbar, sehr schön. Ja, das ist halt im Raumschiff so, haben wir verschiedene Menüs, das ist so Übersicht von den Navigation, was war, Kontakte mal haben, freuen mich nicht. Das ist ganz cool, das sieht man, was für Auftrag mal angenommen hat, kann man sich die Details angucken, wo man hin muss und so. Ich kann sogar aufgeben, wollen wir halt nicht. Hier kann ich Kontakt irgendwie zu anderen herstellen, keine Ahnung, was man noch machen kann, Subziele und Inventar, keine Ahnung, habe ich noch nie gebraucht. Dann kann man noch nur ohne gucken, was das so ist, habe ich aber abgegeben, das auch schon mal, ich weiß, das bin ich, weil ich habe Steuerhauke. Hier hat man noch so schöne Statusmeldungen, irgendwie, hier sieht man, Ruf verbindet 100%. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich den Auftrag abgabe. Das sind Module im Schiff, da kann ich auch noch irgendwas umstellen, Feuergruppe, das ist schon eher, ich habe zwei Feuergruppen, die ich umschalte kann. Auf dem Ende habe ich halt Impulslaser und mein Tötungsbefehlscanner, also mit Primärfeuer habe ich die, Sekundärfeuer das Scanner und dann habe ich eine Feuergruppe 2 hier drin, dann habe ich immer mit dem Impulslaser und immer mehrfach geschützt. müsste ich mich jetzt mal reinarbeiten, das ist auch schon wieder ein paar Monate her, wo ich das mal probiert habe. Inventar ist halt, was man eine Fracht Dings drin hat, wir haben ja momentan nichts drin, wir haben ja nichts geladen, wir haben ja nur Daten und das sind irgendwelche Funktionen, wo ich innen ausschalte kann oder gucken, wie sie stehen. Alles ganz toll. Dann kann ich, wo kann ich noch hin? Hier oben, das sind so Nachrichten, mir sind das eigentlich nett. So kann man sich auch mit anderen Spieler nachhalten. Oder man kriegt ab und zu einen Post, wenn man wahrscheinlich bald irgendwann kriegen, hoffe ich doch. Okay, aber genug der Dinge. Wir starten. Ach, ich wollte noch in die Werft, wo ich die Schiffe zeige. Ah, verdammt. Machen wir auf der Next Station zum Beispiel. in der Next Folge, genau, da wollen wir eh Schiffe kaufen. Gut. Wie gesagt, automatisch ausparken ist nicht, das müssen wir manuell machen. Fahrzeug, ja, Fahrzeugfahr, Dings in Gefahr. So, bisschen zu tief. Willst du bald nur ohne gehen? So, geben wir mal ein bisschen Gas. Bisschen ohne. Will nicht irgendwo dran fliehen. Ja, piept ein bisschen, aber alles gut. Kein Problem. So, ja, rechts auf dem kleinen Kreis wählen wir wieder unser Ziel. Na, das ist doch lauschig. Gucken wir euch das mal an. Schon nicht so im Hintergrund. Planet. Ach, da kommt doch so richtiges Weltraumfeeling auf. Das ist doch schön. So, hier sind wir wieder auch schon das Ziel hingestellt. 17 Lichtjahre entfernt. Ja, und wenn er ohne Recht zum Gucken Masse sperre, das ist momentan nicht blau markiert. Das heißt, wir sind aus dem Erfassungsbereich von der Station weg und können in den Hyperdrive gehen. Ja, das ist jetzt so, mir hat uns jemand angefunkt, bei mir sind angefunkt, wo, da melde sich ja manchmal die Sicherheitskräfte vom System, scanne unser Schiff und gucke, ob wir nichts Illegales an Bord haben. Was dann passiert, wäre jetzt ich allerdings nicht. Ich habe es nicht drauf angelegt. Wahrscheinlich im schlechten, im besten Fall grämer Kopfgeld und im schlimmsten Fall greift es uns direkt an. Na, egal. Wenn ich alles nochmal rausfinde. Oder auch nicht. Ja, jetzt sind wir hier wieder quasi in dem Tolladebildschirm, wenn man so will. Und wir kommen dann wieder direkt am System raus. Wir haben jetzt eine Aktualisierung. Das heißt meistens, dass ich es entweder woanders da anlieferen soll und dort vom Mähgeld kriegen oder dass ein Pirat auf uns abgesehen hat. Also ich nehme es erst das Nummer an. Wähle. Horrorwitz-Station. Ich kann jetzt auch mal gucken, was die uns genau geschrieben haben oder dass ich mich beeilen soll. Zum Beispiel. Lieferbonus. In zwölf Minuten. Und dann kriege ich Bonus. Das ist auf der Entfernung gehoffentlich, wie ich es erschaffe. Da tun wir mal eine Erpeilungaufnahme auf das Horrorwitz-App. Ja, das sind nur 390 Lichtsegunde. Also kürzer als die Erde zur Sonne. Hier haben wir Beschönigungen so langsam. Ballhammer in Lichtgeschwindigkeit. Mal gucken, wo da oben. Rechts, äh, links aber werden gerade eine Funknachricht aufgefangen, wo einer vom Kreuzfahrtschiff gesendet hat. So in PC halt. Kann man es ab und zu hier empfangen. Ja, und wenn man hier jetzt unten gucke, die Station sieht schon unten links, die Station des Hologramms sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist eine andere Art von Station, wo man hier noch haben kann. Komm, bis in mir schon, wenn ich kann ich noch. Ähm, ja, da müssen wir halt vorne rinnen, wo diese, also von der Ansicht jetzt links, links vorne. Müssen wir rinnen. Aber wir haben hier Glück, wir haben hier ein, ähm, wir haben hier ein Lande-Computer, der macht das hier für uns. Im neue Schiff wäre ich denn dann nicht dran, dann müssen wir manuell landen. Ja, geht aber auch. Oh, guck mal, der Planet hat Ring-System. So, wir sind jetzt schon wieder runter, auf Unahe-Lichtgeschwindigkeit. Hier habe ich schon Dinge markiert, hier habe ich König Rohstoffe abbaue, aber das kann ich auch überall in denne Ringe. Das hoch soll einfach nur, keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich gibt es heute viele, aber in denne Dinger, die hier markiert sind, bedeutet das auch, dass, ähm, das immer viel Pirate sind oder so. Ich glaube, ich habe mal Rohstoffe abbaue will. Asteroine meine will, einfach so ein Ring-Win-Frie, wo nix ist, da ist am sichersten. Gut, jetzt sind wir nur noch, ähm, 70 Kilometer, 14, 12, 10, 10, 9, von einem Horowitz-Hub entfernt. Ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, mich nicht großartig drum gekümmert, dass ich von der richtig Richtung komme, weil das ist momentan nicht so nötig. Das sind wir bald 100.000, wie, 100.000 Kilometer, so können wir mal Dropout aus dem Hyperspace machen. Upsa, hier vorne hier müssen wir rennen. So, ich muss jetzt erst mal ein bisschen näher ran, weil wir sind noch 8 Kilometer entfernt. Und eine Landeerlaubnis, die kriege ich erst ab 7,5 Kilometer, glaube ich. Bis jetzt kann ich hingehen und kann die Anping Horvitz hab. Hallo, ich will landen. So, Landepad 42, das gefällt mir. Simon, jetzt habe ich mal abgebremst, dann renne ich jetzt unser Lande-Computer. Und wenn ich die Musik lauter, könnte man jetzt einen Donauwalzer lauschen. Ja, momentan will er nicht. Ich habe so ein bisschen leis, die Musik. Das ist so kleiner Gag, weil das war im ursprünglichen Liede auch so, halt damals mit 8-Bit-Computer gepiepst. Hab man so Donauwalzer gehört. Das war schon ganz nett. Das ist immer wieder geil, immer so. Hui. Festbeleuchtung hier in der Station, oder wie. Das sieht schon richtig geil aus. Also, richtig, richtig schönes Space-Feeling, das Spiel. Kann man einfach nichts sagen. So, und dann wieder das übliche. Wir gehen hier wieder rin. Die erst tanken wir auf, damit wir das hier noch nicht vergessen. Das schwarze Brett. Warte, bis es geladen ist. Das ist jetzt wahrscheinlich die Online-Anbindung, die wir hier hatten. Mission abschließen. Komm, wir holen uns wieder Ruf, weil die Ende 50.000 machen die coolen nicht fett. Wie schaut's denn aus? Ruf wohlgesinnt. Okay, wie ist das mir das super macht? Bist du noch nicht irgendwie, kriegst du noch nicht irgendwie mehr? Egal, scheinbar nicht. Egal. Nicht so schlimm. Gut, und dann wird das Spiel jetzt quasi wieder von vorne losgehen. Also das, was ich jetzt mache, weil ich will einfach nur ein bisschen Geld verdienen, damit ich das Schiff grafen kann. Da gibt's noch so ein paar Fallstricke, die kann ich dann in der Next-Folge erwähnen. Aber jetzt sind wir schon wieder ziemlich lange dabei. Es ist auch nicht so spannend, das Spiel zum Zugucken, denke ich mal jetzt mal. Ich finde es einfach, man halt selber hat Spiele, braucht Geduld und da man halt überhaupt irgendwie nichts vorgehabt kriegt, muss man sich quasi selber Ziel, das ist jetzt so, was man eigentlich so machen will oder vorhat. Und da kann man schon relativ viel machen. Man kann zum Beispiel auf Erkundungsreise gehen, weil es gibt so viele Sternensysteme, die noch überhaupt nicht entdeckt sind, also wo noch überhaupt keine Spieler war, seit es das Spiel gibt, weil es einfach so massig viel Sterne in dem Ding gibt, die sind halt klar, prozedural generiert, sich ausgedacht, aber da kann man dann hin, kann die Scanner das dauert dann halt ewig, weil du erstmal ewig unterwegs dafür und mit dem Torraumschuh wahrscheinlich nicht so ganz empfehle. Und die Scandate kann man dann verkaufen, da muss man sich dann halt schon keine Ahnung selber Ziele setzen und was man alles entdecken kann. Wie gesagt, wenn man astronomisches Faible hat, ist das nicht schlecht, wenn man dann nur an einem schwarzen Loch rauskommt oder an einem Neutronenstern, oder haben wir keine Ahnung, eine blaue Überriese oder so, das ist schon ziemlich eindrucksvoll teilweise, wenn man es nachvollziehen kann. Gut, dann würde ich sagen, wir machen einfach nur kleiner Cut. Ich werde allerdings noch ein, zwei Missionen machen und einfach noch ein bisschen Geld verdienen. Und bei der nächste Folge treffen wir uns vielleicht wieder und dann gehen wir ein bisschen Schiffe einkaufen. Gucken wir mal, was da so geht. Bis dahin dann, bye, bye.